All right. Herzlich willkommen zum Uni Baskets Podcast Time Out. Wir sind in der fünften Folge zu Gast beim Spanier hier in der Tapas Bar Vinoteca Sevilla und wie immer unsere Freunde von Jumpshot Marketing, die ein super Setup wieder geliefert haben. Zu Gast heute Lars Lagerpusch. Herzlich willkommen Lars. Ja danke, ich freue mich hier zu sein. Erstmal, Ivan und ich hatten bei der letzten Folge, bei der vorletzten Folge Teil 3 schon drüber gesprochen. Herzlichen Glückwunsch zur Kapitänswahl. Der neue Kapitän der Baskets. Dankeschön, dankeschön. Frisch eben in der Kabine announced. Von daher bin ich froh, dass du auch noch zufällig heute hier bist bei uns. Ja genau, Steve hat mich auch vor dem Training damit ein bisschen überrumpelt. Aber ich freue mich, dass er mir vertraut, dass das Team mir vertraut. Von daher, ich werde mein Bestes geben. Also wir hatten dich und Joe im Auswahlpod und Ivan und ich hatten auf dich getippt. Von daher, das passte ja ganz gut. Ja, habt ihr um was gewettet oder? Nein, nein, wir hatten nicht weiter. Zweite Jahr. Das erste war ein interessantes Jahr. Gleich in die Playoffs. Ja, interessant trifft es glaube ich ganz gut. Gerade für mich war es mega interessant nach der langen Verletzung. War ein extrem hartes Jahr für mich. Gerade am Anfang mit den Paarverletzungen, mit den kleinen Verletzungen wieder. Ja, aber ich glaube, wir haben als Team mega Saison gespielt. Ich glaube, wir sind in der Stadt auch so ein bisschen weiter nach oben geklettert, was den Bekanntheitsgrad angeht. Von daher hoffe ich, dass es so weitergeht. Und jetzt schauen wir nach vorne und wir reden gar nicht mehr so viel über die letzte Saison, denn es sind nur noch vier, eineinhalb Wochen bis zum Start gegen Jena. Da kommen schon noch ein bisschen die Erinnerungen hoch von den Playoffs. Was nehmt ihr, die das erlebt haben aus Jena? Was nimmst du persönlich auch aus den Spielen mit Jena in den Playoffs mit? Ja, ich glaube, es hat einfach gezeigt, dass wir letztes Jahr und ich glaube auch dieses Jahr wieder jedes Team schlagen können, wir mit jedem Team mithalten können. Und ich glaube, das war einfach auch so eine Bestätigung für uns nochmal am Ende der Saison, dass wir wirklich einen Extremschritt nach vorne gemacht haben als Team. Ja, und für uns und auch für die neuen Spieler ist es natürlich so, da wollen wir jetzt anknüpfen, wollen direkt sehen, wo wir stehen. Jena immer ein Team, was oben mitspielen möchte und mitspielt. Von daher ist es direkt am Anfang gleich mal so eine kleine Standortbestimmung, wo es uns dann natürlich auch aufzeigt, woran wir vielleicht auch noch arbeiten müssen. Absolut. Und ich meine, gerade zu Hause haben wir gezeigt, es ist schwer uns zu schlagen. Jetzt ist es ein Heimspiel, jetzt eröffnen wir die Liga. Gibt das so eine Extramotivation sowieso oder blendet man das aus, weil es geht neu los und es geht erstmal um das Spiel und es ist egal, ob das das erste, also Liga weit das erste Spiel hier auch ist? Na, ich persönlich finde es einfach so eine Ehre, weil die Liga hat gesehen, Jena, Paderborn, super Matchup, haben super Spiele über die Saison auch, die gesamte Saison, das Spiel in Jena, dann das Spiel bei uns und auch die fünf Playoffs-Spiele waren super spannend, alle Spiele. Von daher ist es so eine kleine Bestätigung von der Liga auch, finde ich, wo wir uns geehrt fühlen können. Ja, und was uns natürlich auch motivieren sollte, gerade zu Hause vor unseren Fans in die Saison zu starten. Ich glaube, es gibt nichts Cooleres am Anfang der Saison, als mit so einem Spiel wirklich die Saison zu eröffnen. Das finde ich genauso. Und wir werden natürlich alles dafür tun, vom Jumpshot-Marketing bis Uni-Baskets-Office. Wir werden trommeln, wir werden versuchen, die Halle so voll zu machen, wie es nur geht. Weil eins ist klar, wenn die Halle voll ist, ist es wirklich einfach schwer, für den Gegner zu spielen. Von daher da versuchen wir natürlich, dass die Halle voll und laut wird. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man letztes Jahr extrem gemerkt. Gerade zum Ende hin, wo dann noch mehr Fans in der Halle waren, wurde es immer lauter, immer lauter in der Halle. Für uns selber war es mega. Also wir haben uns alle gefreut zu sehen, wie voll die Halle auf einmal wurde, gerade dann in den Playoffs. Und wie du schon sagst, ich glaube, für jedes Team ist sowas, gerade am Anfang der Saison, wo dann viele Sachen vielleicht noch nicht stimmen, was die Abstimmung oder sonst was angeht, ist es gerade für jedes Team schwer, vor so einer Atmosphäre dann zu bestehen. Absolut. Bevor wir auf die neue Saison eingehen, lass uns ein bisschen was über Lars erfahren. Wann bist du angefangen mit Basketball, Lars? Wann hast du den Sport für dich entdeckt und so ein bisschen auch den Background aus der Familie heraus, denke ich ja auch. Ja, also ich sage mal so, mir wurde eigentlich ein Basketball mit ins Babybett in die Wiege gelegt. Mein Vater hat früher Basketball gespielt, musste recht früh dann wegen einer Verletzung aufhören. Ist dann in den Trainerbereich mit reingegangen, sodass ich als kleines Kind häufig dann auch mit in der Halle war, zugeguckt habe, an der Seite mit irgendeinem kleinen Ball versucht habe, den Korb zu treffen. Zu Hause im Garten hatten wir oder im Haus hatten wir natürlich auch überall Basketbälle rumfliegen, einen Korb stehen, alles drum und dran, sodass für mich ja immer klar war, dass ich in diesem Bereich Basketball reingehen werde. Angefangen habe ich dann mit sieben, damals noch in Gifhorn. Mein Vater, da habe ich den irgendwann breit gequatscht, dass er doch auch mal in der Kindermannschaft anfangen soll zu trainieren. Ja, dann habe ich da angefangen, bin bis ich zwölf war in Gifhorn geblieben mit meinem Vater, bin dann irgendwann nach Braunschweig gewechselt. Mein Vater dann natürlich mit hinterher, hat mich dann bis hoch zur Probe auch mit begleitet. Ja, und so ging das dann alles seinen Weg. Braunschweig dann einfach damals, weil einfach die besseren Trainingsmöglichkeiten, alles drum und dran gab als in Gifhorn. Aber so mein Basketball-Grundstein liegt wirklich damals in Gifhorn. Und Braunschweig, die erste dann damals schon erste Liga gespielt oder war das noch die Zeit, wo die ... Nee, nee, die erste war damals schon in der ersten Liga. Genau, und damals dann natürlich auch, auch als ich noch in Gifhorn gespielt habe, immer bei den Spielen gewesen. So, mein Vater war früher dann auch Sponsor da, das heißt auch zu jedem Spiel hingegangen, zu Auswärtsfahrten ab und zu mitgefahren. Also Basketball auch wirklich, wirklich von, als kleines Kind, als Fan auf, wirklich vom Kind aus dem Fanblock, kann man fast sagen, ja, dann irgendwann aufs Feld geschafft. Ja, und deine Familie haben wir ja auch in Jena gesehen, waren ja auch mit dabei. Deine Schwester sogar mit einem Lagerpush-Trikot. War das ihr Trikot oder dein Trikot? Das war ein Nationalmannschafts-Trikot, glaube ich. Das ist eine gute Frage. Danke. Also wenn es ihr zu groß war, war es meins, wenn es gepasst hat, war es ihrs. Sie hat ja selber auch Nationalmannschaft und alles durchlaufen. So, von daher haben wir zu Hause einige Trikots mit dem Namen hinten drauf. Top. Ist sie älter oder jünger als du? Meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Vier Jahre jünger, das heißt, konnte sie auch viel abgucken von ihrem Bruder. Ja, viel abgucken vom Bruder, viel natürlich dann auch von Vatern gelernt. Aber ich sag mal so, als kleine Schwester, gerade Mädels, hören dann natürlich nicht immer darauf, was großer Bruder oder Vater einem versuchen zu erklären. Wenn du zurückschaust, was würdest du ändern, wenn du was ändern könntest, gerade aus deinen frühen Jahren, also Teenager-Jahre? Gibt es da was, wo du sagst, das hättest du anders gemacht? Hm. Es ist schwer, weil ich ja eigentlich gute Schritte gemacht habe. Damals dann auch im Brauntrike, als ich dann mit meinem Abi fertig war. Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass ich groß was ändern würde. Klar kann man immer über einzelne Entscheidungen, ob man bei einem Verein bleibt oder woanders hinwechselt, diskutieren. Aber so im Großen und Ganzen, gerade in den Teenager-Jahren, würde ich auf keinen Fall was anders machen, weil ich da in Braunschweig, gerade bis ich dann den Schritt wirklich in die Bundesliga geschafft habe, super Möglichkeiten hatte mit der Probe, mit NBBL, mit Individualtraining in der Schule, in den großen Mittagspausen und allem drum und dran, war das für mich eine super Situation, wo ich wirklich sagen muss, da brauche ich nicht irgendwie mit einem weinenden Auge hingucken, weil es eigentlich ja gut lief für mich. Wenn du dir die Rahmenparameter jetzt auch in Paderborn anguckst, gerade für die NBBL, wir haben ja jetzt drei NBBL-Spieler ja auch bei euch im Training, kann man das ja schon vergleichen mit deiner Zeit im Braunschweig. Welche Tipps würdest du den Jungs geben? Einmal NBBL, aber auch die da drunter, JBLBL, wo wir einige auch gute Talente haben. Gibt es so ein, zwei Tipps, die man sagen kann? Oder ist das so individuell, dass du sagst, da muss man sich durchbeißen? Ja, also das, was ich immer am wichtigsten finde, vernachlässigt nicht die Schule. Ich habe selber gemerkt, wie schnell das mit einer Verletzung gegebenenfalls alles vorbei sein kann. Dann ist es immer wichtig, einen Plan B zu haben. Wenn es ums Basketballerische geht, hört auf euren Coach, hinterfragt nichts, strengt euch an, versucht alles möglich zu machen, um auch zum Training zu kommen. Wenn ihr Hausaufgaben habt, nehmt es nicht als Ausrede, nicht zum Training zu gehen, sondern sucht euch eine Chance, die Hausaufgaben anders zu machen als in der Zeit, wo ihr Training hättet. Ja, und dann immer am Ball bleiben, nicht irgendwie von kleinen Rückschlägen demotivieren lassen, sondern einfach immer dabei bleiben und auch wirklich Spaß am Basketball haben. Also für mich war es immer so, ich habe mir immer gesagt, sobald ich keinen Spaß mehr am Basketball habe, höre ich auf, weil ich finde, das ist das Wichtigste. Absolut, das merkt man einem ja auch an. Also wie viel Energie gibst du und Spaß ist auch im Berufsleben danach wichtig. So muss man das ja auch vergleichen. Aber Spaß ist ein super Stichwort. Beim Tanzen hattest du auch richtig Spaß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war eine witzige Aktion mit Peter, mit Chip, mit Jackson. Also hat super Spaß gemacht. Wir waren so ein bisschen überrascht, dass Steven das so mitgemacht hat und auch so souverän das mitgemacht hat, weil es hat sich ja dann doch ein bisschen länger gezogen, als wir alle dachten. Aber es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, also ich glaube, Steve ist da auch immer, klar, will er auch sein Training und alles nicht vernachlässigen, aber am Ende hat er ja auch gesehen, dass was Cooles auf die Beine gestellt wird. Und da glaube ich, ist er dann immer noch mal eine Nummer entspannter. Also dir hat dich das zugetraut, dass du da performst? Bei Peter war ich positiv überrascht. Ja, er ist da richtig aufgegangen. Ja, Peter auf jeden Fall. Ja, Peter als junger Kerl natürlich noch extrem schüchtern, phasenweise auch gewesen. Deshalb habe ich gedacht auch so, oh Peter. Aber der ist super darin aufgegangen. Und ich glaube, für ihn war das auch wichtig, einfach mal was anderes zu machen. Einfach mal auch ein bisschen Spaß nehmen, dem ganzen Schule, Abi-Stress, Basketball, allem drum und dran. Und ich glaube, das hat ihm auch vom Kopf her ein bisschen geholfen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, wie Chip und Jackson so am Seitenrand, die waren ja auch heiß drauf, auf die Tanzfläche zu kommen. Ich fand das einfach schön, dass wir da so ein bisschen in dem Stress, in dem wir ja waren, so am Ende der Saison da trotzdem ein bisschen Spaß mit reinbringen konnten. Von daher danke dafür, dass du das mitgemacht hast. Ich schulde dir noch ein Essen dafür. Ja, genau, genau. Das müssen wir aber machen, wenn Peter mal dann hier ist. Das haben wir eigentlich im Sommer gesagt, wollten wir mit dir, aber dann warst du irgendwann im Urlaub, dann war ich weg, dann war Peter irgendwann weg. Kriegen wir noch hin. Aber wir holen das nach. Auf jeden Fall. Erklär den Zuschauern und mir, was bringt einen zu einer Entscheidung zu bleiben oder zu gehen? Du bist ja jetzt in Paderborn geblieben, was uns sehr freut. Sehr früh hast du dich auch schon für den Schritt entschieden. Was wirft man da in die Waagschale? Gib uns da mal so einen Einblick in deine Gefühlslage oder in deine Entscheidungslage. Naja, also ich habe zum einen fühle ich mich hier extrem wohl, also wirklich extrem wohl. Die Stadt gefällt mir, die Nähe nach Braunschweig nach Hause ist gegeben. Ich bin in knapp zwei Stunden mit im Auto bei meinen Eltern. Zum anderen gefällt mir einfach das Ganze drumherum. Der Verein versucht alles, dass es uns gut geht, dass es uns an nichts fehlt. Und ich finde, sowas muss man auch schätzen. Ja, und dann einfach die basketballerische Situation mit Steve. Dass ich hier sehe, dass ich Spielzeit bekomme, dass Steve mir vertraut. Ja, und dass ich Schritte nach vorne machen kann. Das war so für mich das Wichtigste. Am Ende ist Geld immer zweitrangig. Klar, Paderborn hat nicht das höchste Budget. Ich glaube, das weiß jeder Fan von Paderborn und wahrscheinlich auch jeder in der Liga. Aber am Ende sind so eine Sachen immer nebensächlich. Ich meine, wenn man sich, Budget ist wichtig, weil du schon, gerade bei Verlängerungen, wir haben das dieses Jahr gemerkt mit den Amerikanern, immer ein wichtiger Punkt ist. Wir haben in den letzten sieben Jahren das Budget umverdreifacht, was enorm ist. Uns aber trotzdem in eine Situation bringt, ich meine, du sagst das und man muss das auch so offen ansprechen, dass es Clubs gibt, die einfach mehr zahlen können. Und locker mehr zahlen können. Nichtsdestotrotz sind wir in den Playoffs, spielen 2 zu 3 in Jena und haben Spaß. Und ich glaube, das war auch eben so ein wichtiger Punkt von dir, dass nicht nur die Spieler beim Spielen Spaß haben müssen, sondern das Office muss Spaß haben, das Umfeld muss Spaß haben und dann haben die Zuschauer auch Bock und füllen die Halle. Und dann ist es eine der lautesten Hallen. Das haben wir ja dann auch gemerkt, als wir in Jena waren. Auf jeden Fall. Also gerade auch in Jena hat man hauptsächlich die Fans von Paderborn gehört. Nein, aber das ist, wie du schon sagst, ist gerade für uns Spieler auch wichtig, dass die Leute im Office, alle, die was mit dem Verein zu tun haben, auch es genießen, mit uns zu arbeiten, uns versuchen weiterzubringen und auch Spaß daran haben, uns wirklich zu helfen. Weil am Ende ist es, klar, ist es für jeden nur ein Job. Aber einen Job, den man mag, steht man noch morgens viel, viel lieber auf, als zu irgendeinem Job, wo man sagt, heute schon wieder. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass jeder im Verein dieses Gefühl hat. Und ich glaube, da sind wir hier in Paderborn auf einem extrem guten Weg. Gehen wir mal auf die nächste Saison oder auf die aktuelle Saison. Wir sind ja schon mitten in der Vorbereitung. Wir haben mit Chip, Jordan, Brett und Jackson alle vier Amerikaner verloren, in Anführungsstrichen, und haben auf den Positionen nachverpflichtet, sind allerdings auf groß Deutsch geblieben. Unabhängig davon, wie es jetzt bei uns organisiert ist, siehst du das so, dass man lieber auf groß Deutsch gehen sollte, unabhängig davon, dass du auch auf der Position bist, und die Guards amerikanisch besetzen? Oder sagst du, das kommt auf das an, was gerade am Markt ist? Wie ist so dein Blick auf diese Zusammenstellung, die ja immer interessant ist am Anfang der Saison? Ja, also ich glaube, es kommt zum einen immer darauf an, wie der Coach spielen möchte. Und dann, wie du schon sagst, kommt es auch extrem darauf an, was bekommst du für Spielermaterial. Jetzt dieses Jahr haben wir mit Martin natürlich einen guten deutschen Fünfer bekommen. Den nimmst du auf jeden Fall mit. Und dann macht es die Rotation auch für die Coaches einfacher, mit der Regel drei Amis auf dem Feld. So weißt du, okay, du kannst deine drei kleinen Positionen mit Amis besetzen, du musst nicht überlegen, wie bringe ich jetzt den Fünfer-Ami rein, sondern kannst da weiterhin deine deutsche Rotation spielen. Aber am Ende ist es, wie du sagst, kommt es extrem darauf an, was bekommst du am Markt, welches Spielermaterial ist da. Und ja, dann schaust du wahrscheinlich erst mal, ich glaube, Steve hat das dieses Jahr auch so gemacht, was für Deutsche bekommst du und baust dann die Amerikaner drumherum. Weil Deutsche auf dem Markt sind wenige. Gerade dieses Jahr war es, glaube ich, extrem schwer, deutsche Spieler hierher zu bekommen. Von daher ist es meist so, dass du guckst, welche Deutschen bekommen wir und dann dein Ami-Gerüst drumherum baust. Ich meine, mit Aaron und mit dir ist man im Frontcourt ja auch schon gut aufgestellt. Wie du schon gesagt hast, mit Martin noch einen sehr starken deutschen Fünfer. Jens noch dazu. Das heißt, wir sind wirklich im Frontcourt rein Deutsch, in Anführungsstrichen. Und können dann im Backcourt so rotieren, wie der Trainer das will. Und das gibt natürlich die Flexibilität. Auf jeden Fall. Wenn du dir aber einen von den vier Amis, das ist eine schwierige Frage jetzt, einen von den vier Amis von letztem Jahr wünschen würdest, wen hättest du verlängert? Also ich, ja, das ist schwer zu sagen, weil jeder seine Stärken hatte. Ich glaube, am schwersten zu ersetzen dieses Jahr wird Chip sein. Weil Chip einfach alles gemacht hat. Chip hat verteidigt, hat vorne die Offensive gescort, hat Assists verteilt. War einfach so ein bisschen der Typ, der alles zusammengehalten hat. Jordan zu ersetzen wird auch extrem schwer. Auch einen Jackson mit seiner Wurfqualität und auch mit einfach dem, okay, er ist schon zwei Jahre, oder war schon zwei Jahre, glaube ich, hier. War schon zwei Jahre hier bei Steve und kannte das gesamte System. Den zu ersetzen ist auch schwer. Auch einen Brad, der eine extreme Dominanz unterm Korb hatte, zu ersetzen wird auch schwer für Martin jetzt sein. Aber dafür hat Aaron einen Schritt nach vorne gemacht letztes Jahr. Und deshalb ... Also Chip hätte ich auch als erstes genannt. Ja. Und Ivan hat das ja auch getan. Und fast jeder, mit dem man spricht, das ist so ein Scotty-Pippen-Typ, der kann irgendwie wissen. Ja, genau. Am Anfang der Saison sah das aber ganz anders aus. Auf jeden Fall. Am Anfang der Saison auf der Tribüne, bei meinem Weg hoch in der Halbzeit zum Beispiel, habe ich viele Stimmen gehört, in den ersten drei, vier, fünf Spielen. Sie sagt dann, oh, das ist aber ... Der macht aber nichts voran, oder der macht nicht viel. Weil man dazu tendiert, zu denken, die Amis müssen scoren. Ja. Aber es ist gar nicht dieses Scoren, sondern es geht ja auch um das Gesamtpaket, auch außerhalb des Platzes. Und ich denke, auch da war Chip ein angenehmer Typ auch. Chip war ein sehr angenehmer Typ, aber die Amis letztes Jahr alle. Also alle wirklich Persönlichkeit top. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen in der Art, wie wir dann gespielt haben, wieder gespiegelt. Aber ja, wie du schon sagst, Chip hatte einen sehr, sehr schweren Start, weil Steve, glaube ich, auch extrem viel von ihm erwartet hat. Und er da erstmal in diese Position reinwachsen musste. Aber am Ende hat er gezeigt, warum Steve ihn geholt hat und warum Steve ihm auch das Vertrauen die ganze Saison über entgegengebracht hat. Jetzt habe ich einen kleinen Vorteil gegenüber den Fans. Ich habe ein Spiel schon gesehen live gegen Artland. Und man kann schon vorweg sagen, wir haben wieder angenehme Typen dazu geholt. Keiner, der irgendwie heraussticht als unangenehm oder so, sondern wirklich alles Top-Typen. Jetzt muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Es sind ein paar Rookies dabei, die haben noch nie im Ausland gespielt. Die müssen sich jetzt hier zurechtfinden. Aber gegen Artland zum Beispiel auffällig war Travis Joselin, der von außen, aber auch innen sehr, sehr stark gespielt hat, offensiv ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und Buzz Anthony, der am Ende das Spiel entschieden hat, auch wenn es ein Testspiel ist. Aber trotzdem musst du das Ding da am Ende reinmachen. Wenn du dir die beiden anguckst, sind das so die beiden, wo du jetzt sagen würdest, da ist auch Potenzial noch weiter nach oben und die können einen Unterschied machen? Oder ist es noch viel zu früh, auch für euch intern zu sagen, wer macht da gerade was für einen Job? Ich glaube, all unsere Amis haben das Potenzial, wirklich ein Unterschiedsspieler zu sein. Ob es Buzz ist, der als Point Guard wirklich eine extrem hohe Spielintelligenz mitbringt und natürlich auch sein Shooting und auch seine Defense extrem stark ist. Ob es ein Markus ist, der sich wirklich über die Verteidigung ins Spiel reinbeißt. Ob es ein James ist, der ein wirklicher Scorer ist, der auch mal im Spiel richtig heiß laufen kann und uns durch eine Halbzeit tragen kann, wenn es mal nicht läuft. Oder wie du schon sagst, ein Travis, der von außen wirklich die Dinger eiskalt versenkt, aber auch mit seiner Athletik uns extrem viele Möglichkeiten, gerade auf dieser Position, gibt, auch mal dann kleinere aufzuposten oder durch seine Athletik auch mal zum Ring zu kommen. Ja, deshalb glaube ich, ist es schwer, da jetzt zu sagen, wer wirklich das Team führen wird. Ich glaube einfach, dass alle ihre Stärken haben, weshalb sie auch hier sind. Und wenn alle ihre Stärken ausspielen, werden alle davon profitieren. Ich glaube, das ist ja auch das, was letztes Jahr uns stark gemacht hat. Ein Spiel haben die zwei gescored, Topscorer, dann waren wieder die, dann wieder die. Also das war wirklich immer, das war nicht vorherzusehen. So könnte es dieses Jahr auch laufen. Auf jeden Fall. Aber du hast ja, du hast auch schon gesagt, Steven schleift eine Menge dieses Jahr. Ja, also Vorbereitung ist schon gut anstrengend. Gerade auch mental. Gerade für die neuen Jungs, alles reinzubekommen. Unser Spielsystem ist nicht das Einfachste, was man schnell mal, ja, irgendwie innerhalb von drei Tagen reingeprügelt bekommt. Und dann, ja, nur noch daran arbeitet. Sondern das geht wirklich, wirklich an den Kopf ran, an die mentale Stärke, dass die Jungs da fokussiert bleiben. Ja, und auch körperlich ist eine Vorbereitung natürlich immer anstrengend. Das wissen wir alle. Und deswegen, James und Marcus haben ja bei dem Spiel nicht den besten Tag gehabt, sag ich jetzt mal so. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wenn man ein Jahr nicht gespielt hat, so wie du, James, und dann in so eine Vorbereitung kommt, das schleift. Auf jeden Fall. Und Marcus war, glaube ich, gerade erst da aus Kanada. Ja, Marcus war knapp eine Woche da. Ja, also deswegen, das muss man natürlich alles mit in die Schale werfen und sich das mal in Ruhe angucken jetzt die nächsten Wochen. Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch normal, wenn die Fans das erste Spiel sehen zu Hause. Ich glaube, gegen Göttingen ist sogar das erste mit Zuschauern. Gegen Göttingen, ja. Dann werden die Zuschauer natürlich darauf achten, auf die Neuen vor allem. Aaron, dich, Joe, Jens, euch kennt man. Genau. Das heißt, man wird auf die Amis gucken. Und was ich gut finde, was Dieben gemacht hat, ist die Jungs, die ganz kleinen Jungs, die MBBL-Spiele auch reinwerfen. Die haben echt viele Minuten gekriegt jetzt in den letzten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die drei machen das auch extrem gut. Auch im Training merkt man wirklich, die geben ihr Bestes. Die, wie sage ich das jetzt? Nett. Die strengt sich extrem an. Steht's bemüht? Ja, genau. Nein, aber die sind immer da, helfen uns extrem weiter, gerade auch die Pausen im Training zu geben. Für die ist es natürlich auch extrem gut, auf hohem Level zu trainieren. Und jetzt auch in den beiden Vorbereitungsspielen, jetzt am Samstag in Belgien hatten wir nur August mit. Der hat da auch ein gutes Spiel gemacht. Haben die alle drei wirklich gezeigt, dass die paar Minuten gehen können. Ja, und ich denke, wenn die so weitermachen, wird Steve das auch belohnen. Hat er ja letztes Jahr mit Adrian dann auch gemacht. So, von daher glaube ich, dass wir von denen noch einiges auch über die Saison immer mal zwischendrin sehen werden. Unter uns. Unter uns. Unter uns. Unter uns Zweien. Was ist dein Ziel für die Saison, für dich persönlich und fürs Team? Für mich persönlich natürlich da anknüpfen, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Ich glaube, dass ich letztes Jahr gerade zum Ende hin meine mitbesten Spiele gemacht habe. Klar, das Fechterspiel mal ausgenommen, was mittendrin war. Aber so da anknüpfen. Ja, dem Team helfen. Das Vertrauen, was Steve mir gibt, zurückzahlen. Und ja, als Team. Ja, einfach weiterhin tollen Basketball spielen. Den Fans wirklich was zu sehen geben. Die Fans weiterhin zu begeistern. Dass die Halle immer voller und voller wird. Ja, und dann hoffentlich an die Erfolge von letztem Jahr anknüpfen. Was natürlich jedes Jahr mit neuem Kader schwer wird. Aber ja, am Ende will man immer gewinnen. So, und ja, ich glaube, das muss auch dieses Jahr wieder das Ziel sein. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, gerade das, was du über, also vielleicht einmal mit dem Team angefangen. Ich glaube auch, dass das unser Ziel sein sollte. Auf jeden Fall. Und wir haben offiziell kein Ziel. Ja, auch das muss man ja sagen. Wir setzen von außen da keinen Druck drauf. Und auch intern ist ja kein Ziel ausgesprochen. Besser werden von Spiel zu Spiel. Weil ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial. Auf jeden Fall. Auch aufgrund der jungen Spieler, die wir haben. Und dann, wie du sagst, begeistern, Halle voll machen. Der Rest kommt von alleine. Wenn Spaß kommt, der Rest. Und wir wissen beide, Steven wird nicht lockerlassen, bis wir nicht ordentlich spielen. Von daher, das ist gut. Gut. Zu dir persönlich. Eine sehr persönliche Frage. Wie viele Kilo hast du dieses Jahr weniger als letztes Jahr? Dieses Jahr weniger? Ja? Das sind mehr. Ich habe über den Sommer jetzt ein bisschen zugenommen. Bin jetzt aber gut dabei, das wieder alles abzubauen. Du siehst aber insgesamt mehr in shape aus als letztes Jahr? Was kein Wunder ist. Du warst ja letztes Jahr vor der Saison verletzt. Also im Vergleich zu letztes Jahr am Anfang der Saison habe ich, glaube ich, zehn, elf Kilo weniger. Okay. Aber jetzt im Vergleich zum Ende der Saison habe ich wieder ein bisschen drauf. Aber im Vergleich zum Anfang, wie es letztes Jahr im Sommer war, nach zwei Jahren Verletzung hatte ich natürlich dann schön Essen zu Hause bei Mama. Ja, da hat man dann natürlich doch mal ein bisschen mehr angesetzt. Kann man verstehen. Kann man verstehen. Aber du hast es ja über die Saison hinweg sehr, sehr gut. Und ich meine, das hat sich mit der Leistung ja auch gezeigt dann. Auf jeden Fall. Gerade auf der Position, wenn du schneller bist und beweglicher bist, das war ein Riesenvorteil. Auf jeden Fall. Wenn du dir ein Zitat überlegst, was in deinem Leben dir immer was Gutes mitgegeben hat. Oder ein Zitat, was dir vor kurzem mal über den Weg gelaufen ist. Welches wäre das? Ein Zitat. Oh, das ist schwer. Also was ich früher immer auch bei mir an der Wand als Kerze alles drum und dran hatte, war, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Was ich mit dem Basketballspielen am Ende ja auch mache. früher als kleines Kind war immer mein Traum mit Basketball irgendwann mein Geld zu verdienen und ja auch was von der Welt zu sehen, was ich dann über die Zeit in der Nationalmannschaft auch viel gemacht habe. Ja, ich finde, das ist ein gutes Zitat, was so ein bisschen mein Leben auch beschreibt. gefällt mir sehr gut. Steven hatte bei dem Punkt ja gesagt, make it easy. Also, mach es einfach. Bei seinem System geht es ja auch darum, obwohl es nicht einfach ist, das System, dann am Ende, weil es ja so viele Freiheiten gibt und die Entscheidung so einbricht. Ist das aus deiner Sicht das, wo jetzt für euch, die jetzt das zweite Jahr mit ihm arbeiten oder du ja schon ein paar Jahre vorher ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet hast, einfacher? Und wie hilfst du den Neuen, vor allem auch dann den Guards, mit dieser Spielweise klarzukommen? Ja, also für mich ist es auf jeden Fall einfacher. Ich hatte letztes Jahr, ja, war für mich der Einstieg auch recht, recht einfach. Also, ich hatte nicht so viele Probleme mit der Spielweise, weil natürlich durch die Erfahrung in der Bundesliga und auch durch die Zeit mit Steve damals in Braunschweig oder Wolfenbüttel war es ja dann. Ja, ich schon so ein bisschen was von seiner Spielweise kannte und ich auch ein Riesenfan einfach von Basketball bin, Basketball auf hohem Niveau und unsere Spielweise ja auch so ein bisschen an die Top-Teams anknüpft. Ja. Ja, und wie ich den Jungs helfe, ich versuche natürlich im Training extrem viel mit den Jungs zu reden, außerhalb des Trainings. Ja, immer irgendwie für Fragen da zu sein, wenn wer irgendwas nicht verstanden hat oder so, kommen die Jungs auch zu mir und dann, ja, versuche ich denen das zu erklären und im Spiel, im Training, ja, immer versuchen, den Jungs irgendwie so Kleinigkeiten zu geben, wo sie vielleicht, ja, dann nächstes Mal darauf achten sollen und wo ich halt weiß, dass Steven einen extremen Wert drauf legt und ich glaube, das hilft den Jungs schon ganz gut. Super. Wir werden gleich, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, ja noch ein bisschen was essen, was Gesundes natürlich. Auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingsessen, wenn du so an, vor allem auch ausländisch, gibt es da sowas? Mein Lieblingsessen. also meinst du jetzt so die Essensrichtung oder? Ja. Uh. Ja, oder eine Leibspeise, wenn du eine hast. Also ich, ich liebe, ich liebe Rinderfilet oder ein richtig schönes Steak, ähm, gibt es natürlich so ein schön argentinisches Rumsteak oder so, also das ist schon so das, wo ich, wo ich wirklich, naja, ich würde nicht sagen, für morden könnte, aber so, da kann man, kann man mich schon mitkriegen, ne, ähm, ne, aber sonst, ich, ich esse extrem gern, auch asiatisch, ähm, italienisch, gute Pasta, ja, also alles, alles, was irgendwie gutes Essen ist, esse ich, esse ich gerne. Also wenn du irgendwann mal, äh, einen schönen Urlaub machen willst, äh, und, und du ein Fleischfan bist, kann ich nur, äh, Lateinamerika empfehlen, vor allem Brasilien. Ja. So Churrascaria, ich glaube, das wäre genau, genau dein Ding. Ich schau mal, ich hab ja nächsten Sommer dann, wieder ein bisschen Zeit für Urlaub. Ja, Wenn du noch ein paar Sätze den Fans sagen würdest, äh, und ein bisschen sie motivieren würdest, dass sie in die Halle kommen sollen am 30.9., wie, wie würdest du sie anlocken? Naja, also erstmal, erstmal möchte ich mich natürlich bei allen Fans von letztem Jahr bedanken. Es war mega mit euch, ihr wart auch einer der Gründe, warum, warum ich hier geblieben bin, warum ich mich freue, ein weiteres Jahr hier in Paderborn zu spielen. Ja, und da kann ich einfach nur sagen, macht bitte weiter so. Für uns Jungs ist es das, ja, ich sag's jetzt einfach so, das geilste Geschenk, was ihr uns machen könnt, wenn ihr in die Halle kommt, Lärm macht, uns anfeuert und wirklich hinter uns steht. Ähm, das spiegelt sich auch auf dem Feld wieder. Gerade gegen die Top-Teams ist es umso wichtiger, dass, äh, dass wir euch haben, dass ihr uns unterstützt und, äh, man hat gesehen, was, was wir alle zusammen bewirken können. Ähm, ja, und, äh, so, ja, ich, ich würde mich einfach extrem freuen, wenn's so weitergeht, diese Saison und, ähm, ja, hoffe natürlich, dass, dass wir immer mehr Fans dazu gewinnen. Also, bringt eure Freunde mit, bringt eure Verwandten mit, sagt denen, ey, Basketball, Paderborn, die spielen richtig toll. Das ist viel, viel toller anzusehen als, äh, Fußball oder sonst sowas, weil da passiert dauerhaft was. Und, äh, junges Team, junge Spieler, wir, wir freuen uns über jeden, der kommt. Dem ist nichts hinzuzufügen, Lars. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst, unser neuer Kapitänin, die neue Saison. Das war die letzte Folge der ersten Staffel, ähm, des, äh, Unibaskets Timeout Podcast. Und, ihr wisst Bescheid, kommt in die Halle, 30. September. Wir wollen jener zeigen, wie laut wir sind. Auf geht's. Perfekt.